Hallo, mein Name ist Renate und ich möchte Ihnen heute einen kleinen Einblick in die plattdeutsche Sprache geben. Sie sehen im Folgenden zunächst einige Begriffe oder Wörter auf Deutsch, die ich anschließend ins Plattdeutsche übersetzen werde. Viel Spaß! Moin! Sie ist drömmelig. Krindstut. Er ist ein ollen Knickgepüt. Das sind Büchsen-Schietes. Er ist ein Duolab. 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 her.